Einen wunderschönen guten Morgen. Heute gehen wir auf die Buchmesse und was wir da heute schon erleben, das erfahrt ihr heute in einem Vort von mir. Oh ja, genau, geht's mit dem System. Also, er zeigt uns heute hier bloß. Ich hab alles probiert. Wir können fürs Volk. Okay. Ich hab alles probiert. Ich hab alles probiert. So, jetzt sind wir hier bei verschiedenen Paraden. Und ja, genau, und unten macht ein wenig Spaß hier. Ich hab alles probiert. Ich hab alles probiert. Hier. 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 Ach. Haben wir den Oberhausen den Don abgeholt? Ja. Warum? Der war aus Oberhausen. Der Auto. Ja. Ja. Das ist immer cool. Ja. Ähm. Hier. Wir sind ja für uns gerade ein ... Das ist so furchtbar auf dem Essigbau, als man kann. Ja. Nee. Ich kann mir nicht. Nicht, nicht. Ich schnappt. Das ist so furchtbar. Ich hab ja eigentlich getrunken, ich hab ja Zeit ... Ich hab ja eigentlich ... Ich hab ja den Willis drin in ... Nein. Ich hab ja ... Genau, ich hab ja ... Oh! Die hat sich direkt auf. Wir können einfach hier was kriegen. Wir können immer was bringen. Wow, geil! Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Wir sind hier ein paar Fotos. In der Karte, wir sehen uns, wie bei der Karte. Wenn sie auf die Karte befindet, das hat noch mal gekampft. Das ist nicht lustig. Die war's mit. Die habe ich den Spiegel aus. Der hat mich ganz gut gemacht. Dass ich den Spiegel aus. Das ist noch nicht. Ich frage ihn, schreibe ihn doch mal und nicht in die Kommenmentara. WOOOOOO! Jetzt... Jetzt... Okay. Danke, danke, danke. Hey! Da ist deine... ... so left... ... so left... ... so left... Das ist ja eigentlich so schön. Da gehst du es doch gar nicht abspät. Dankeschön. Okay, ja. Boah. Ich weiß es nicht, wie alt ist. Für einen Minderstück. Ja, wir sind ja jetzt immer so geraten. Wir haben den Minderstück. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war so ungefähr ein deutlicher Tag, also auf dem Buchmesse 2018 in Leipzig. Und ja, ich melde mich dann später irgendwann nochmal. Okay, okay. So Leute, wir haben es jetzt schon 13.45 Uhr am nächsten Tag. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Bis bald. Tschüss.